Ja hallo, ich bin der Christian Sandig. Ich habe heute den letzten Tag vom Evolten Divine You Spirituell Session mit Master Umesh. Ich bin mit einer gewissen Erwartungshaltung hergekommen. Ich dachte, ich kenne eh schon sehr viel vom Meditieren und spirituelle Themen. Man muss jetzt am Ende der Woche sagen, es war wirklich umwerfend. Es waren so viele Dinge dabei, die mich so innerlich verändert haben, die Blockaden in mir gelöst haben. Ich kann es doch kaum in Worte fassen, weil ich mir am Anfang gedacht habe, ja, das wird sicher nett und das tut mir extrem gut, aber das ist echt eine Untertreibung. Es war so toll, es war so emotional, es war so intensiv. Ich hätte das nicht für mich gehalten. Ich nehme so viel mit, dass ich im Alltag verwenden kann für mich, dass viele Themen, die ich hatte, wurden aufgelöst, aber auch viele Themen, die mir gar nicht bewusst waren, die ich hatte oder habe. Weiß ich jetzt, wie ich damit umgehen kann und ich sehe so viele Dinge so anders. Also es ist wirklich, ich bin, ich tue mir echt schwer, das teilweise in Worte zu fassen, weil es einfach so intensiv war. Was ich extrem toll finde, dass wir auch eine Anleitung mitbekommen, wie man in den nächsten Tagen, Wochen, dass die Erfahrungen und das Wissen in unseren Alltag integrieren können, weil es natürlich viel einfacher ist, hier, wo man immer in seinem Thema drinnen ist, sich mit dem intensiv zu beschäftigen. Nur im Alltag ist es dann natürlich wieder anders. Aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die Tools in den Alltag auch super integrieren können, vor allem mit den Werkzeugen, die wir noch für danach mitbekommen. Also, ja, ich weiß nicht, wie ich sage, ich kann es nur jedem empfehlen, das zu machen, über seinen Schatten zu springen, sich nicht zu viel Gedanken machen, was da kommt oder nicht, sondern einfach machen. Und ich glaube, jeder wird etwas finden, was sagt, wow, das ist umwerfend, das ist unglaublich, das ist so berührend, so emotional, so lösend, so, ja, einfach super. Ich bin so dankbar, dass mich der Pascal, dass er mir das gesagt hat, dass das stattfindet und dass er das geschafft hat, dass es heuer auch wirklich, dass der Master auch wirklich kommen konnte. Und, ja, es ist einfach unbeschreiblich. Also, jeder, der sein Leben etwas verändern will, der zu sich von ihm will, der den einen oder anderen Sinn des Lebens hinterfragt, muss unbedingt hierher kommen. Danke dir, Pascal. Das war super.